Auch wenn sie reif erscheinen, in den Weinbergen hängen die Trauben bis weit in den Oktober hinein an den Zweigen. Täglich müssen einzelne Früchte im Labor untersucht werden, um herauszubekommen, ob man ernten kann. Hans Zappe und seine Forscher wollen den Winzern das Leben einfacher machen. Sie schaffen den smarten Weinberg. Dank neuartiger Sensoren können die Trauben künftig selber mitteilen, wann Zeit für die Weinlese ist. Diese Sensoren sind extrem klein und die werden in die Rispe eingebaut und messen den Zustand der Traube. Die Messungen erfolgen ohne jegliche chemische Analysen, allein mit Licht. Und der Aufbau des Systems ist einfach. Man muss nur früh genug damit beginnen. Das System wird zwei bis drei Monate vor der Ernte angebracht, wenn die Trauben noch relativ klein sind. Und die Trauben an der Rispe wachsen um den Sensor herum und erlauben dann die kontinuierliche Messung. Wenn es künftig in den Weinbergen wie bei einer Lightshow farbig blinkt, dann ist das nichts anderes als ein detaillierter Messvorgang. Wir haben hier in diesem Fall ein grünes Licht als Beispiel, aber auf dem Sensor selber sind auch rote und blaue Lichtquellen. Und dieses Licht wird dann in die Traube reingestrahlt, es wird ein Teil reflektiert. Und der Teil, der reflektiert wird, hängt davon ab, was der Zustand der Traube ist. Die mit der neuen Technik gemessenen Werte sind genauso aussagekräftig wie die klassischen Labormessungen. Der Winzer kann dann erfahren, was zum Beispiel der Wassergehalt der Traube ist, der Zuckergehalt, die Entwicklung von Geschmacksstoffen in der Traube. Und somit weiß er, wie sich der Rebberg an unterschiedlichen Orten entwickelt. Vielleicht hat es in einem Bereich eher trockene Zustände, in einem anderen Bereich eher nasse Zustände. Und somit weiß er dann verteilt über den Rebberg, wie sich die Trauben entwickeln. Auch an Steilhängen kommen die Winzer unkompliziert an Messwerte. Denn die Sensoren kommunizieren über ein zentrales WLAN, das den gesamten Weinberg abdeckt. In einem großen Weinberg planen wir bis zu 100 solche Sensoren oder 100 verschiedene Orte, wo solche Sensoren eingebaut werden. Und dort werden die Daten dann zentral bearbeitet. Jeden Tag kommen dann die neuen Daten rein und man sieht dann Tag für Tag, wie sich der Rebberg entwickelt. Sobald das völlig autonome System wetterfest gemacht ist, soll es eine ganze Saison lang Werte liefern. Die Stromaufnahme ist so gering, dass es mit einem einzigen Batteriesatz durchhält. Wir hoffen, dass wir dieses System im nächsten Jahr tatsächlich in einem Weinberg testen können. Und wir planen im Jahr 2022, 2023 dann ein großes Netzwerk von solchen Sensoren in einem Rebberg auch zu demonstrieren. Wenn alles wie erwartet funktioniert, können auch Qualitätsweine bald mit deutlich weniger Arbeitsaufwand erzeugt werden. Ob die Weine deshalb preisgünstiger werden, ist aber nicht gesagt. ... ... ... ...